so salam aleikum meine freunde die crusader kings 2 freie zeit ist vorbei wir sind hier immer noch in südspanien mit unserem sultan fahrt dem säufer und wir befinden uns in einem krieg gegen könig ramiro den könig von castillen und er hält diese domänen und wir kämpfen um den de jure anspruch auf toledo das ist hier genau gehalten von graf pelario von toledo und sieht momentan sehr gut für uns aus toledo ist fast belagert übrigens befinden wir uns im patch 26 272 272 274 der neueste patch ist vor zwei wochen oder so rausgekommen ist ein bisschen ai fixing ein paar kleinere bugs wurden ausgemerzt und dergleichen aber sonst nichts besonderes in dieser folge werden uns hauptsächlich damit beschäftigen was wir hier so in den letzten folgen gemacht haben wir brauchen noch einen regenten sehe ich gerade dann haben wir nicht wen können wir dann vertrauen ich schaue ich nur mit sein zufriedener charakter das jetzt von den werten nicht so toll aber ist auch andalusia und somit anspruch auf mauretanien anspruch ist natürlich schlecht wie sieht es mit ihm aus den waldi von ronda zwar nicht treuherzig gierig ja den wir gut man so befehlshaber können wir auch noch zwei nennen da wie ali den bürgermeister von medina können wir nehmen ja den hof spitzel brauchen wir nicht den brauchen wir zu hause sollten uns immer hier umgucken was wir noch position hier haben dies hier scheint auch neu zu sein ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher weil ich auch so lange nicht gespielt habe dass der ort dahinter steht wo sie gerade sind aber scheint mir alles so weit in ordnung zu sein so spezielle personenaktion ja gefährliche fraktion das stimmt emirat von cordoba konnten wir übernehmen machen wir nicht wir schauen mal in unsere heimatprovinz wir haben ja richtig geld aber ich glaube das geld heben wir uns auf falls es tatsächlich dazu kommt dass scheich jat von granada gegen uns rebelliert anderen können wir auch nicht überzeugen er sitzt im gefängnis und sein neffe womit der dritte das heißt ach hier ok und wir haben eine andere schule das ist natürlich schlecht ist das neu hinzugekommen ich weiß es gar nicht so was hatten wir noch mal für den charakter gefräßig sind wir hinterlistig paranoid grausam zornig stolz und wir haben hier noch mal ein Charakter gefräßig sind wir hinterlistig paranoid grausam zornig ich glaube wir lassen erstmal voran laufen aber ein bisschen langsamer noch ich muss mich ja erst hier einfinden toledo fällt gleich so die militärische lehrzeit von klein farria ist abgeschlossen eine kurtisane das interessiert uns nicht da ist er zu lange hat die krone die politischen rechte unserer basallen eingeschränkt die zeit ist gekommen dem magis mehr macht zu verleihen und er weift durch dieser forderung in frieden oder werdet die konsequenzen tragen ich lasse mich nicht erpressen soll mit uns den krieg erklären aber da waren wir darauf gefasst das sind wirklich ein paar gucken wie viele truppen wir noch ausgehoben kriegen das ist nicht viel und die werden sie wahrscheinlich gleich aufreiben wir versuchen trotzdem so viele wie möglich in sicherheit zu bringen wir können auch noch 979 ausheben sonst weiß ich nicht wo das ist ein bisschen schlecht jetzt holen wir uns söldner gesamtstärke die arabische kompanie steht hauptsächlich aus leichter kavallerie wir sind dort unten die bewegen sich auch erstmal da in die bereitstellungsräume wenn die armee toledo fertig hat das ist jetzt der fall können die noch weiter belagern wir gehen hier hoch sammeln dort noch truppen da werden noch ein paar niedergemäht das ist verständlich aber 8000 mann sind da die dürfen sich nur nicht mit denen verbinden das wäre ein bisschen schlecht das werden sie aber jetzt tun das ist schlecht haben wir hier ne ziehen wir erstmal nach da oh er kommt er kommt dort mit 10.000 mann das war gut zu lange so scheich abdulhackam von zaceria das hat jetzt die scheichdung von alcantara von abu abu bakar von sabon interessiert mich jetzt nicht da haben wir natürlich noch kein kommandant da kommen noch kassier das sieht jetzt nicht so prickelnd aus vielleicht können wir da die front halten das sieht gut aus da sieht es auch gut aus die schlacht ist gewonnen und die gewinnen wir auch vorrangig dann bleibt ihr da stehen das mit den schlechten kommandanten hier die die zur verfügung haben aber bessere habe ich auch nicht gut was sind das hier für Truppen Armee von Abd al-Aziz Kalatrava das ist aber nicht mein Krieg wir ziehen wieder dorthin und führen diese Belagerung zu Ende und dann können wir es nochmal versuchen ihn platt zu machen unser Hofspitzel ist nicht mehr und wir haben auch keine geeignete keinen geeigneten dafür dann müssten wir doch tatsächlich nochmal suchen so Geschlecht Männer Hofbeiträte ja da ist doch ein Andalusier ein buckliger hässlicher hässlicher aber ehrlicher Mann grausam stolz besessen ist jetzt nicht so schön das ist ein Berber den nehmen wir nicht ja wir nehmen den hässlichen buckligen auch wenn er besessen ist besenden so er schließt sich unserem Hof an und kann sich gleich integrieren so dann wollen wir mal schauen was er macht erstmal einen Schluck Kaffee obwohl Tee wäre jetzt eigentlich angebracht da wo wir schon hier sind ja die lagern da unten Sevilla das gefällt mir nicht das gefällt mir ganz und gar nicht der Kanzler ist auch nicht mehr der mag uns nicht das Titelforderer ok so der Bürgermeister von Algecerias ist ein mächtiger Vassal naja 12 na gut soll er mal Staatskunst verrichten noch eine Kortisane das geht mich nichts an können sich selber kümmern aber es ist sehr schön dass wir gleich einige Leute wieder einkerkern können oh Krankheiten nähern sich ja da sind die Blattern aber noch in der Nachbarprovinz noch keine Gefahr so Sieg in Madrid und hier auch ein Sieg das reicht noch nicht aber wir müssen was tun und gegen Sevilla vorrücken so unsere Halbschwester überdurchschnittlich intelligent die soll die Tradition aufrechterhalten das kam plötzlich Sultan Fahd ist bei dem Huris im Paradies im Alter von 45 er starb an Komplikationen im Zusammenhang mit Gicht Fahd war hitzköpfig und versetzt andere mit Zornausbrüchen in Angst und Schrecken für diese abscheulichen Sünden wird er im Jenseits sicherlich büßen müssen Sultan Van Narko aufgrund des geringen Alters von nur 13 Jahren wird das Reich vom Regenten und dem Rat regiert Lang lebe Sultan Van Narko Okay das kam plötzlich so sei es Ja das ist Sultan Van Narko 13 Jahre alt und ein schüchternes Kind Wir haben reichlich Titel und eigentlich viel zu viele dafür dass er Staatsverwaltung so schlecht ist Aber uns bleibt nichts anderes übrig Wir brauchen einen neuen Marschall Das wird Bilal übernehmen Der wird die Truppen ausbilden in Sevilla Einen neuen Hofschwitzel Das bleibt Abdul Razak Und wir brauchen ein paar neue Befehlshaber So Befehlshaber von Ja Der Prinz von Afrika ist ein bisschen alt Aber er ist ideal Vielleicht brauchen wir da sowas Der Walli von Tarifa Nein Hier Der kann auch nichts Hier haben wir noch einen Bürgermeister Nein Es muss mit den vier Leuten gehen So Wir gucken noch bei den Intrigen Verschwörung ist eine Die Wahida will uns umbringen An den Hof einladen Will sie nicht Verschwörung beenden Will sie auch nicht Das ist schlecht Die hat eine 29,7% Stärke Was ist mit dir? Die war mit unserem Großvater verheiratet Dann bitten wir sie damit aufzuhören Wir müssen noch einen Kronfokus Sevilla festlegen Äh Kronfokus festlegen Ist doch schon Bin ich in weiter Joss Hier Oder geht das jetzt nicht weil es gerade belagert wird Das kann natürlich sein Gut Sammle ich die Truppen Alles null Er ist jetzt unser Regent Da hoffen wir das Beste Und um das zu unterstreichen Schicken wir ihm noch Geld Okay So 6000 Mann Da haben wir jetzt auch eine Krankheit Und deswegen schließen wir hier die Tore noch Oder bei Blattern Blattern war Fast die Hälfte der Infizierten sind gestorben Ja Wir schließen die Tore Als eure Wachen die Tore schließen wollen haben sich bereits einige Angehörige des einfachen Volkes draußen versammelt Ein lauttöner Knall lässt das neugierige Schnatter auf der anderen Seite verstummen So Da hat die Verschwörungs Oh Die gesickene Jungfrau hat König L von England den Sieg im Kreuzzug um Jerusalem gegen Kalif Abu Mansur Al Nisar gewährt Papst Eugenius III hat einen Monat des Feierns für die ganze christliche Welt ausgerufen So Hier haben wir unsere Armeen Und die werden wir jetzt gegen Sevilla führen Und so diesen Krieg hoffentlich beenden Mein Hofarzt Sart teilt euch mit dass Prinzessin Suraya von Abadizio und dann hat eine derzeit gewühten Epidemie geleide Unsere Halbschwester Sie in allem hier zu behalten würde alle in Gefahr bringen Es ist zu spät werft sie hinaus Sieg aber immer noch 77% das heißt wir werden jetzt diese Armee verfolgen und abschlachten Sonst hat das hier nie ein Ende Können wir jetzt den Kronenfokus hier festlegen Ja jetzt geht's Lag an der Belagerung Wo will er denn hin in der Tola Dann gehen wir erst da hin Dann gehen wir nach Mertola Unsere Tante Auch ein Fokus Manipulierbar Dann kriegt sie eine bildungsorientierte Ausbildung So Ich sehe wir sind auch am Ende Haben wir in dieser Folge nicht viel geschafft außer einen zweiten Krieg auf den Hals gedrückt bekommen Aber Momentan sieht es ja recht gut aus Deswegen denke ich das kriegen wir gewuppt Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Macht es gut bis zum nächsten Mal und ciao Ciao